Und hier ist der Spaß schon bei acht Windstärken vorbei. Du hast kotzend über die Reling gehangen. Daran kannst du dich noch erinnern? Du wolltest das wohl lieber vergessen, ha? Oh, so spät noch auf. Ja, wir haben ja auch eine Menge nachzuholen. Und das habt ihr euch alles für heute Nacht vorgenommen? Ich möchte dich was fragen. Ja, nur zu. Ich würde gerne noch ein paar Tage bleiben. Kannst du das Tante Carlotta sagen? Komm schon, Vater. Einverstanden. Unter einer Bedingung. Mit Tante Carlotta telefonierst du selbst. Du wirst dir einiges erklären müssen. Das wiege ich schon hin. Ich werde ihn besser mal bremsen, sonst klingelt er Tante Carlotta noch heute Nacht aus dem Bett. Das ist eine gute Entscheidung. Cecile... Ihr habt euch jahrelang nicht gesehen. Jetzt habt ihr wenigstens für ein paar Tage die Möglichkeit, euch wieder näher zu kommen. Das ist eine gute impechung. Das ist eine gute Idee.